moin und herzlich willkommen zu einem neuen let's play könnte man sagen hier auf meinem kanal black bands lp ich zeige hier mit euch jetzt leitstellen spiel.de und wir haben auch schon ein paar einsätze wie man sehen kann ja der erste ist gefangen und lkw verunglückt er hatte einen großen unfall da ist gerade der gewige fahrgut aus wilster der ist hier noch mal gefahrgut lkw verunglückt da brauche ich ein paar thw fahrzeuge plus ein gewige fahrgut leider habe ich nur ein gewige fahrgut deswegen muss ich den weiter alarmieren thw fahrzeuge sind auch alle gerade bei diesem einsatz bei dem hier oben dann habe ich hier bewusstloser kran führer da wird ein gewiger rettung er kommt gerade aus hamburg und in hamburg habe ich dann rauchentwicklung im museum da wollen auch ein gewiger ist auch auf dem weg das ist gut gwl kann ich wirklich zwei nms werden gebraucht die sind auch um weg feuer im krankenhaus wird abgearbeitet baumhof pkw wird abgearbeitet kranken transport wird abgearbeitet und hier habe ich dann entschärfung einer weltkriegsbombe beginnen drei stunden dauert zwei stunden der dienst drei tausend dreihundertsechzig credits zu ne ne na dann wollen wir mal ich weiß nicht auf was habe ich eigentlich die andere zwischen oh auf extra langsam das ist doof das das wollte ich nicht so ich bin im moment in keinem verband drin ne habe mich aber für ein verband beworben welches war das jetzt ich glaube cut deutschland deutschland glaube ich ah ja äh 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 ich habe mich doch für irgendeinen verband beworben die verband sind cut schutz schleswig-olstein ich habe mich doch für irgendeinen verband beworben ich habe mich doch für irgendeinen verband beworben ich gucke gerade für was für ein verband ich mich denn beworben hatte mhm mhm cut schutz essen ne das weiß ich ach ich habe cut ah ja doch cut schutz deutschland nicht cut s deutschland so ja der Einsatz kann nicht weitergehen a hier ist einmal Rauchentwicklung im Museum da ist Feuerwehr fertig und dann will ich zwei rtw schicken damit die netz nicht nachher da alleine rumtoren ich habe 405 hatte nein 400.000 sonst was ich so ich habe hier ein paar wachen ich habe 29 feuerwehr wachen dann habe ich hier noch reaktionswachen und drei krankenhäuser dann habe ich hier noch polizei thw ein ortsverband schulen habe ich drei gerade ist irgendein einsatz ach du heilige scheiße einmal einmal zwölf mal krankenhäuser heute wird auch gesagt für brand in werkstatt abgebrochen hier mein geld einzeltransaktion übersicht so ausgaben 100.000 einnahmen 10.000 datum ausgabe null einnahmen summe minus sonst was alteste minus 100.000 wie komme ich denn dahin einsatz fertiggestellt blablabla so ich hatte einen neuen anlass gekriegt ja einmal traktorbrand im wilzthair ist die feuerwehr wilzthair denn schon wieder da nein ist sie nicht deswegen schicke ich die feuerwehr krumm dann habe ich hier ein krankentransport also dieses spiel kennen wahrscheinlich sehr viele leute ich schätze das mal zum beispiel es ist ein sehr 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 bekanntes spiel und das wir gerade nicht so wie ich will ist auch fertig hier fehlt ein löscherzeug wie ihr halt schon gesehen habt die drückt auch ihre wachen ich habe hier was ist jetzt los die an sich gehe ich ja noch gar nicht ihr habt halt hier sagen wir jetzt hier ff legerdorf dann habt ihr eure wache könnt mehr wachen dazu bauen wenn ihr geld habt immer gehts ums geld dann habt ihr drückt ihr halt auf alarm sagt ihr weht die fahrzeuge aus dann ist gut ja das sind einige fahrzeuge einige fahrzeuge und ich glaube die ganze zeit fassadenteile drohen zu fallen in kars da würde ich sagen die ff kars und geschickt genauso wie ff mebig und der dann transport man die sollen in einer zu beenden damit die anderen einsatz auch beenden kann man so die cw2 brmg was heißt das was heißt brmg brmg oder brmg was weiß ich so hier ist ein großer wie gesagt entschärfung von weltkriegsbombe hier sind mehrere wehren auf dem weg da die freilige feuerwehr glückstadt das nicht alleine schafft hier ist ein ja hier ist noch was von der glückstädter feuerwehr ich weiß nicht äh witzgeschwindigkeit setze ich jetzt mal auf normal jetzt nur so fürs let's play einfach nur so ich weiß nicht was ich labern soll ich hab keine ahnung ich laber die ganze zeit noch scheiße hier feuer im kackenhaus wie gesagt ich laber noch scheiße weil ich gerade nichts zu tun habe tut mir leid so eigentlich könnte ich euch doch auch die wachen zeigen so hier feuerwehr die ff drage mit dem tsfw oh ein einsatz wir sind ja weit gekommen ne löschfahrzeuge so liefern raus zum sperrmüllbrand war das glaube ich die ff glückstadt mit ihrem gbms technik hb ölabwehr abrollbehälter ölabwehr wlf wechsellader fahrzeug ilw einheitsleitwagen cardio wfr kommandowagen der als fürstlich sponder genutzt wird dlk drehleiter mit korb hlf liefeleistungslösch fahrzeug sprechwunsch lf löschgruppenfahrzeug lf löschgruppenfahrzeug hlf also nochmal die ff löschgruppenfahrzeug und wir haben ein äh sprechwunsch so zurück zum einsatz was ist das hier noch also die sind da grad bei das abzuarbeiten die freiwillige feuerwehr heiligenstettenbeck mit ihrem lf und mit ihrem 2 lf und ihrem einen tlf die freiwillige feuerwehr hohen aspe der gehört hier gar nicht zu den muss ich mal wieder zum kreis kreis zentrale verschieben dann haben sie ein erwe ein lf 16 ts das gehört auch zum kreis dann haben die ein tlf 16 25 und ein lf 86 so dann hier unser feldbrand in winseldorf heiligen äh hohenlok steht heiligenstetten hohenlok steht da werden normalerweise 5 flasherzeuge gebraucht dann schicke ich nochmal 2 2 ja 2 schicke 3 pole hin so stimmt da wird nochmal hier der sw zack ähm stimmt äh den sw verschiebe ich jetzt mal zack ahja rückalarmieren davon muss ich ihn erstmal rückalarmieren bevor ich ihn verschieben kann so er ist auch schon wieder auf status 2 dann will ich ihn mal verschieben und zwar in die kreis feuerwehr z2 fahrzeug wurde erfolgreich verschoben das ist gut jetzt seht ihr der ist hier in status 6 das heißt er ist nicht einsatzbereit kann nicht verfahren äh einsätze abgerufen werden so dann mal gucken hier der eine einsatz ist weg das heißt ich kann das THW einmal hier hinschicken und den GWG fahrgut schlieg auch mal ein so dann krankentransport so wo war ich wo war ich ja wo war ich ja nächstes gebäude hallo die ff oldendorf mtw mit ihrem mtw die tlf 1624 und dem lf 106 die ff wilster mit ihrem 6801 GWLW das heißt geräte wagen logistik zwei wasser warum auch immer die zwei der GWG fahrgut den habe ich hier einfach nur drin weil ich ihn brauche und ERW den GWM vom kreis und zwei lf's so die feueranrennungssache bambeek hier halt die rtw's die vier rtw's rtw höhenrettung äh kalef kleinlösch fahrzeug beziehungsweise der erw die dk die 2 hlf's so die technikumwelt technik und umweltschutzwache hamburg oh ich hab da weh vergessen hamburg ein gewmes ein ab dk ein blf anton und ein kran dann habe ich hier noch die feuer- und rettungswache berliner tor die haben halt auch vier löscherzeuge und ein löschzug und den befehlswagen den ew2 die ff glückstadt hatten wir hier die feuer- und rettungswache wilhelmsburg hier ich weiß gar nicht hier fehlt noch ein rtw hier muss ich noch ein rtw zu kaufen aber der löschzug ist auch komplett so die ff heiligenstädterkamp wir haben nur ein lf die ff winseldorf hat ein tsfw tragkraft spritzen fahrzeug wasser die ff lubarbik hat ein lf 86 die ff hodorf hat ein tsf ist einfach nur ein tragkraft spritzen fahrzeug ohne wasser die ff huja hat auch ein tsf die ff kax hat ein klf ein kleinlöschfahrzeug die ff krummendieck hat ein tsf und ein tlf die ff mehbeck hat ein lf 8 die ff silzen hat ein tsfw die feuer- und rettungswoche in stadt mit ihren vier rtw und ihrem löschtug die kreisfeuerwehrzentrale da ist ein elw 2 von der technischen einsatzleitung ein mzf elw also ein märzwerkfahrzeug elw für die feuerwehrbereitschaft ein dekon p ein dekon personal also dekontination personal und der sw den ich da gerade geschickt habe auch von der feuerwehrbereitschaft die feuer- und rettungswoche altona mit ihrem 1 rtw muss ich auch noch 3 zukaufen und ihrem löschtzug die freiwillige feuerwehr legardorf mit ihrem erw ihrem rw ihrem lf 8 ihrem 20 erlöscht ruppelnfahrzeug 2016 und ihrem tlf 818 so das wars an feuerwehrwachen so und ich habe hier einige einsätze abzuarbeiten also einmal einen Funkstreifenwagen sowie einen gb höhen rettung habe ich den noch im einsatz der muss dann weiter hierzu ne nicht herumfliegen das baumaterial hä äh ich habe doch ein gb h gebraucht gb höhen rettung also fassadenteile drohen zu fallen muss ich erstmal finden wo ist der kampfhörer einbruch im keller hier fassadenteile drohen zu fallen der wird weiter alarmiert dann will ich hier nochmal so hier muss noch ein löscherzeug hin sowie ein gb äh ein 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 sw oder ein gbl welcher ist denn am nächsten der aus wilstach so hier ist gestürzt fußklinger da kümmert sich der intensiv transportwagen von der rettungswache hamburg bundeswehr also die bundeswehr rettungswache dann ist hier einmal ein einbruch im keller das schicken ja leckend chemikallentank alter nee schließt das lzg hin so wie 1 2 3 4 rtw ein nef ein orgel und ein lna so wie ein ew seg und ja polizei kann ja nicht hinschicken da die gerade zu weit weg sind ja dann will ich nochmal ein paar Feuerwehrfahrzeuge hinschicken so zack zack ja ganz ruhig gaaanz ruhig dann herumfliegendes Baummaterial schicke ich einmal die Feuerwehrkuh hier hin kleintier in not in huje natürlich schicke ich die Feuerwehrtrage hin so und jetzt wo ich hier oh hier sind noch zwei einsätze hier ist noch was in hamburg da wird ein Funkstreifenwagen drei Löscherzeuge gebraucht eins zwei drei schicke ich noch ein irw mit damit er den Einsatz leitet so und jetzt werden alle einsätze abgearbeitet müssten sie zumindest und deshalb sage ich auf wiedersehen ne den Einsatz mache ich in der nächsten Folge und wenn euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch wenn nicht dann ist das so und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt dann abonniert mich jo und auf wiedersehen